Ingo und ich präsentieren jetzt eine Neuheit hier bei Pöl TV und bei dieser Neuheit geht es um Solarenergie. Das ist erstens nicht nur clever, sondern damit können Sie auch richtig viel Geld sparen und Sie sind auch stromnetzunabhängig. Also richtig viele Vorteile hier auf Ihrer Seite. Natürlich bekommen Sie hier auch immer unseren Super TV Sonderpreis. Also lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. Und ich habe schon angesprochen, wir haben hier eine Neuheit und da dreht es sich hier um unsere Solarpanel und eben auch noch um unseren Stromspeicher. Also Ingo, das ist ja wirklich perfekt. Wir zeigen jetzt am Anfang erstmal die Kombination immer mit Solarpanel und am Ende zeigen wir Ihnen auch noch mal hier diesen Stromspeicher einzeln. Also da sollten Sie unbedingt zugreifen. Ja, es handelt sich hier um eine Balkon-Solaranlage. Die erste Anlage, die wir Ihnen zeigen, sind zwei dieser nagelneuen Solarpanel. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Sowas Cooles ist selten. Und dann haben wir danach noch die mit den ganz großen Solarpanels. Das ist natürlich ideal für eine Balkon-Solaranlage, aber man kann die ja auch tatsächlich unterwegs benutzen oder im Schrebergarten oder wo man eben keinen Strom hat. Deswegen haben wir bei jedem Artikel, und da greife ich jetzt mal vorweg, haben wir zwei Bestellnummern. Wir haben einmal hier sehen Sie diese ZX-Bestellnummer und danach kommt die MW-Bestellnummer. ZX bedeutet, das ist die Bestellnummer für 19% Mehrwertsteuer, also ganz normal, wie man es immer bestellt hat. Aber wenn Sie diese Anlagen zu Hause bei sich anbauen, dann dürfen Sie die sogar mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Das sind so Bedingungen. Sie müssen sich einfach nur überlegen, wo baue ich das jetzt genau an. Deswegen haben wir zwei Bestellnummern. Was ist neu hier? Hier ist alles neu. Brandneu. Wir haben Solarpanel, wie ich sie noch nie gesehen habe, und diesen Speicher. Die Solarpanel, mit denen fange ich mal an. Ach hier, sehen wir schon mal diese Bedingungen, genau, wann Sie welche Bestellnummern wählen müssen. Und hier sehen wir das, wenn Sie zum Beispiel das mobil einsetzen wollen oder auch an Gewerbegebäuden, gewerblich genutzten Objekten im Camping- oder auch Bootsbereich, im Schrebergarten oder vielleicht auch im Einsatz im Ausland. Dann hier bitte mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. In dem Fall wäre das die Bestellnummer mit der ZX am Anfang. Aber jetzt richtig interessant hier auf der gegenüberliegenden Seite die 0% Mehrwertsteuervariante und die trifft dann zu, wenn Sie es eben im privaten Wohngebäude oder auch an angrenzenden Objekten nutzen, zum Beispiel mal dem Gartenhäuschen. Und das ist, finde ich, wirklich das Thema, was wir jetzt hier auch treffen, weil es ist ja wirklich super praktisch, dass man einfach Strom hat, wo sonst eben auch keine Steckdose war. Aber man hat eben auch die Sicherheit und man kann auch noch einiges an Geld sparen, weil man seine Stromrechnung abfedern kann. Also ich finde das super. Ja, es geht um die Kombination aus diesen beiden Solarpanels. Jedes dieser Solarpanels liefert Ihnen hier 215 Watt und das wird hier einfach reingesteckt. Es ist ein Stecksystem und von diesem Energiespeicher dann geht ein Kabel in Ihre Steckdose. Das heißt, Ihr Strom zu Hause, da kommen wir jetzt mal zum Strom sparen, zum Geld sparen, der Strom, der hier raus erzeugt wird und da in Ihre Steckdose geht. Da, wo normalerweise Strom rausgeht, geht jetzt Strom rein und den Strom brauchen Sie nicht zu bezahlen. Wie gesagt, wir haben hier ordentlich Leistung dabei. Die beiden Solarpanels fangen jeweils 215 Watt ein, hier bis zu 215 Watt und diesen Strom können Sie dann benutzen. Entweder indem Sie es einfach in die Steckdose stecken, das wäre dann die klassische On-Grid-Balkonensolaranlage oder wenn Sie es tatsächlich dann eben auch vorne, da haben wir ja Steckdosen dran an unserem Energiespeicher, da können Sie den Strom direkt entnehmen. Das wäre dann Off-Grid. Das heißt, da sind Sie nicht mit Ihrem Netzanbieter verbunden. Was der auch noch kann und das finde ich so beeindruckend, das habe ich vorher auch noch nie gesehen, wenn kein Strom da sein sollte und Sie haben den jetzt im On-Grid-Modus bei sich einfach in der Steckdose reingesteckt, dann werden alle Ihre Geräte hier von diesem Gerät betrieben. Das heißt, wenn kein Strom da ist, muss ich nicht jetzt wie bei unseren anderen Energiespeichern meine Geräte nehmen und die hier vorne reinstecken, sondern das wird ganz automatisch hier mit dem Steckerkabel, was rauskommt, werden alle Geräte mit Strom versorgt und das ist die sensationelle Neuigkeit mit diesem Stromspeicher. Der ist also sowohl On-Grid, das heißt mit dem Netz verbunden, als auch Off-Grid hier im Betrieb möglich. Off-Grid bedeutet, auch wenn kein Strom von meinem Energieversorger kommt, habe ich weiterhin Strom. Die Solarpanel, kommen wir mal zu den Solarpanelen und das ist die Neuheit, die zweite Neuheit hier in diesem Paket, sind ultra flach. Ich habe die hier mal nebeneinander hingestellt. Diese beiden Solarpanel bekommen Sie. Jetzt nehme ich mal eins nach vorne. Die wiegen auch nur gut siebeneinhalb Kilo, also wirklich sehr, sehr leicht und schauen Sie sich die mal von der Seite an. Das ist so ein halber Zentimeter, die dick sind. Das heißt, sie sind natürlich ultra kompakt, aber jetzt im Gegensatz zu diesen Camping-Solarpanelen, die so flexibel sind, sind wir hier sehr stabil, weil das alles hier Aluminium ist. Das ist beste Qualität hier natürlich auch. Das ist hier auch diese Fullscreen-Technologie. Das heißt, wir haben oben und unten keine Kanten, wo sich Dreck sammeln kann. Aber das Beeindruckende ist halt, dass sie so leicht und eben flexibel einsetzbar sind. Guck mal, da brauchst du also jetzt kein großes, riesengroßes Solarpanel irgendwo ran zu machen. Das hier kannst du, und da sind hier, die werden sogar mitgeliefert, noch so, ja, so Kabelbinder mitgeliefert. Die kannst du hier oben einfach durch diese vorgebohrten Löcher reinstecken und dann ganz einfach am Balkongeländer festmachen. Es ist wirklich alles dabei im Paket, um sie sofort mit Strom zu versorgen. Und es ist nach wie vor wirklich nur zusammensteckbar. Sie kriegen hier das Paket aus den beiden Solarpanelen und unseren riesengroßen Stromspeicher. Auch hier können Sie wieder Strom nehmen bis zu zwei Kilowattstunden, hat der Speicher und natürlich auch über 2000 Watt, die ich dann entnehmen kann. Das reicht für alle meine Geräte zu Hause. Auf jeden Fall. Und das ist einfach wirklich super, super clever. Und ich bin echt begeistert von diesem neuen Solarpanel, weil die jetzt eben nicht mehr so schwer sind. Jetzt kann man die wirklich überall anbringen und das geht auch noch so super leicht, weil die eben auch schon vorgebohrt sind. Also einfach dann hier diese Kabelbinder, diese verstärkten Kabelbinder, die Sie hier mitbekommen, reinstecken und schon kann man es eben richtig gut platzieren. Also da sollten Sie unbedingt hier die Gelegenheit nutzen. Sie müssen einfach nur schauen, wie viel Platz Sie denn haben. Wir bieten Ihnen das Ganze jetzt gerade mit zwei 215 Watt Solarpaneln an. Wir steigern uns gleich auch noch auf vier. Also schauen Sie einfach, wie viel Platz Sie haben. Und deshalb finde ich das einfach wirklich clever. Ja, die sind jetzt also von der Mobilität und der Leichtigkeit vergleichbar mit diesen, was ich vorhin angesprochen hatte, die eher für Camping, sage ich mal, gebaut sind. Die können auch Solarenergie einfangen, sind auch sehr klein, sehr handlich, aber haben halt den Nachteil, guck mal, wie dehnbar die sind, wie wackelig die sind. Und wenn das irgendwo im Wind fest angebaut ist und es den ganzen Tag so hin und her wackelt, können Sie sich vorstellen, dass irgendwann die Solarpanel ihren Geist aufgeben. Diese Solarpanel hier sind ausgesprochen robust, ausgesprochen stabil und trotzdem so dünn und leicht, dass man die eben auch ganz einfach überall anbringen kann. Wie gesagt, Kabelbinder bekommen Sie mit dazu, mit denen Sie das ganz einfach an Ihrem Balkon, egal wo, anbringen können. Die Bestellnummer mit der 0% Mavage-Steuervariante liegt hier oder ist die MW 1433 und die 569. Und auch hier bekommen Sie wirklich einen fantastischen TV-Sonderpreis, delektiert bei 1614,99 Euro. Kommt übrigens auch noch versantkostenfrei zu Ihnen. Und das ist jetzt einfach mal richtig clever, hier einmal zu investieren, weil Sie damit auch in Zukunft extrem viel an Geld sparen können. Aber ich habe schon erwähnt, wenn Sie mehr Platz haben, dann nutzen Sie den gerne aus. Jetzt haben wir das Ganze mit vier Solarpanels. Ja, wir haben jetzt also die gleichen Solarpanel, aber Sie bekommen jetzt nicht zwei, Sie bekommen vier davon. Das heißt, wir können hier über 800 Watt einsammeln. Das wird wirklich alles nur zusammengesteckt und dann hier vorne in diesen Stromspeicher reingesteckt. Vom Stromspeicher aus geht ein Steckerkabel, was Sie ganz einfach in eine Steckdose stecken. Damit haben Sie eine Balkon-Solaranlage mit tatsächlich über zwei Kilowattstunden Speicher, dass Sie den Strom benutzen können, 24 Stunden am Tag, den Sie eingefangen haben. Das heißt, wir sind ja nicht den ganzen Tag zu Hause und werden den ganzen Tag kaum 800 Watt dauernd anbrauchen. Wir brauchen unseren Kühlschrank, wir brauchen ein bisschen Licht, wir brauchen unsere Standby-Geräte. Da liegen wir so bei 200, 300 Watt maximal, würde ich sagen. Wenn wir Homeoffice haben, ist es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber wir erzeugen ja hier 800 Watt. Und der Rest, der verschwindet ganz einfach normalerweise. Und hier wird er eben in diesem Speicher gesammelt und steht uns dann eben in den Abendstunden zur Verfügung. Was das Besondere hier im Vergleich zu einer Balkon-Solaranlage mit Speicher ist, ist diese Off-Grid-Funktionalität, die wir hier haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich keinen Strom bekomme von draußen, wenn mein Stromausfall sein sollte, das passiert ja leider immer, immer öfter, habe ich hier eine Stromversicherung. Das heißt, ich habe hier mit dem Steckerkabel, was hier rausgeht, tatsächlich meinen gesamten Haushalt mit Strom versorgt, ohne dass ich irgendwas umstecken muss. Oder wenn ich das jetzt als Standalone-Sache nehme, als komplett Off-Grid, sagen wir mal in so einem Schrebergarten, in einem Gartenhäuschen oder wo auch immer, habe ich hier eine Stromquelle, auf die ich mich verlassen kann. Die wird 24 Stunden am Tag mir zur Verfügung stehen und mir ordentlich Strom geben. So, im Strebergarten gibt es ja oft überhaupt keinen Strom. Kennst du Leute, die einen Strebergarten haben? Ja, auf jeden Fall. Viele, die einfach ja zu Hause sonst nicht so einen großen Platz haben oder keinen Garten. Ja, ist ja wunderschön. Ja, auf jeden Fall. Aber da ist halt auch immer das Problem, dass kein Strom ist. Ja. Und hiermit kann man sich dann eben ganz einfach mit Strom versorgen. Wie gesagt, das wäre dann die 19% Mehrwertsteuervariante. Dann habe ich jetzt hier eben tatsächlich in meinem Schrebergarten auch die Möglichkeit, mal Licht zu haben und keine Kerzen. Ich habe die Möglichkeit, mir warmes Essen zu machen. Ich kann, das ist wirklich stark genug für eine Fritteuse, für eine Elektrogrill. So viel Strom kann dieser Speicher Ihnen geben, dass ich hier eben auch keinen mechanischen oder Benzinrasenmäher nehme, sondern ich kann elektrischen nehmen. Ich kann mit der Heckenschere ganz normal arbeiten. All diese Sachen sind möglich, wenn Sie hier diesen Stromspeicher haben. Sie bekommen zu dem Stromspeicher auch noch eine App dazu. Die habe ich hier mal rauf gemacht auf das Handy und auf diese App können Sie dann ganz genau sehen, wie viel Strom ist da noch drin. Ich kann sagen, wie viel Leistung ich jetzt abgeben will. Ich kann ja damit auch aushalten. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich möchte, dass es mir konstant nur 300 Watt gibt. Dann hält er eben deutlich länger noch. Ich kann einen Timer stellen. All diese Sachen sind möglich mit dieser App. Funktioniert ganz hervorragend, sowohl mit Android als auch mit Apple-Geräten. Also das ist eine Sensation, dieses Gerät, weil so was habe ich noch nicht gesehen, dass wir eine On- und Off-Grid, also beide Sachen, je nachdem, ob ich mit dem Stromnetz verbunden bin oder nicht, in einer Funktion habe hier und das eben auch noch zu einem unglaublichen Preis. Das ist unsere absolute Neuheit hier. Ja, deshalb nutzen Sie hier unseren TV-Sonderpreis aus. Wir zeigen Ihnen das Ganze gerade mit vier Solarpaneln und auch die sind hier wirklich die beste Qualität und eben auch das Neueste, was es gibt. Also wenn das Ihre Kombination sein soll, dann unbedingt bestellen. In der 0% Mehrwertsteuervariante wäre das die Bestellnummer, die MW 1436 und die 569 kommt natürlich auch wieder versandkostenfrei zu Ihnen. Und alleine dieser On-Grid-Stromspeicher finde ich einfach wirklich hervorragend, weil das finde ich klasse, auch gerade mal bei einem Stromausfall, dass man sich dann irgendwie, auch wenn man zum Beispiel mal im Urlaub ist, sich trotzdem um nichts kümmern muss. Das ist es ja, dass du hier wirklich substanziell deine Stromrechnung senken kannst. Du kannst substanziell hier dich selber mit Strom versorgen. Also richtig viel Strom kommt hier raus. Hier sammeln wir eben viel, viel Strom ein, weil wir hier vier Solarpanel haben, die da dran sind. Und damit sind wir auf der sicheren Seite und können unsere Stromrechnung auch noch entlasten. Also ein fantastisches neues Produkt hier bei uns. Ja, und das zum Spitzenpreis von 1.899 Euro und 1.99 Cent. Und genau so kann es zum Beispiel auch schon bald bei Ihnen zu Hause aussehen. Es ist so einfach, ne? Ja, das ist eben auch noch dieser große Vorteil, weil früher dachte ich immer, das ist so kompliziert, aber es ist wirklich richtig einfach, wie du es gerade erwähnt hast. Also finde ich wirklich super. Ja, das ist es ja. Weißt du, Leute reden über Solarenergie und klar ist es clever, weil immer, wenn man sowas sieht, denkt man, die machen ihren eigenen Strom, sparen da sicher eine ganze Menge Geld mit. Aber das ist mir zu kompliziert. Ich muss da einen Energieberater mir holen. Ich muss in ein Fachgeschäft gehen, mich da beraten lassen, Personal, um das alles aufzubauen. Das können Sie alles selber machen. Es ist wirklich nur zusammenzustecken. Als nächste Anlage haben wir jetzt eine Anlage, die Ihnen schon richtig viel Strom liefert. Wir haben hier jetzt eine Anlage mit einem 410 Watt Solarpanel. Da ist das schöne Stück und natürlich wieder unseren modernsten On-Grid- und Off-Grid-Stromspeicher. Und das auch zu einem unglaublichen Preis. Das ist eins dieser Solar, das ist das Solarpanel, was Sie hier bekommen. Und Sie sehen auch hier, wir haben diese Fullscreen-Technologie. Das wird ganz einfach, dieses Solarpanel wird ganz einfach in unseren Stromspeicher reingesteckt. Und damit sammeln Sie hier bis zu 410 Watt Strom ein. Das ist ja auch sehr schick noch, dieses Solarpanel. Auf jeden Fall. Das sieht wirklich richtig gut aus und ist eben hier wieder die beste Qualität, die man so bekommen kann. Das ist es auch. Man hört ja immer wieder, man sieht immer diese Angebote von Balkon-Solaranlagen. Man kennt sich damit nicht so richtig aus. Wir machen Solaranlagen jetzt seit ungefähr zwei Jahren. Wir sind ein renommierter Händler. Wir achten auf Qualität. So eine Anlage, die soll ja auch eine Weile halten. Allein schon der Speicher hier finde ich ausgesprochen beeindruckend. Der hat tausende von Ladezyklen ohne Kapazitätsverlust. Das kennt man nicht vom Handy, das kennt man nicht vom Laptop. Da ist man froh, wenn es nach einem Jahr noch zwei, drei Stunden hält. Der hier behält seine Spannung, behält seine Ladung aufgrund dieser tollen Akkutechnologie, die wir hier verbaut haben. Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Die sind auch noch sicherer als herkömmliche Akkus, als diese Lithium-Ionen-Akkus. Enorm langlebig und leistungsfähig eben. Und das Ganze natürlich auch noch umweltverträglicher. Das ist auch noch so eine Sache. Du erzeugst hier Strom, der absolut grün ist. Der ist klimaneutral, der ist CO2-frei. Das ist schon mal eine Überlegung. Aber die große, große Überlegung, warum es so viele Balkon-Solaranlagen in Deutschland gibt, ist, weil wir damit wirklich substanziell unsere Stromrechnung drücken können. Gerade jetzt hier, weil wir noch einen Speicher dabei haben, verschenken wir auch gar nichts von der Energie, die wir tagsüber einsammeln. Es ist einfach ein fantastisches Paket, was wir Ihnen hier zusammengeschnürt haben. Gerade dieser Stromspeicher, der Ihnen eben die Möglichkeit gibt, Off-Grid, das heißt also ohne meinen Stromversorger auch noch Strom zu erzeugen. Wir haben sogar Licht dran. Das ist ja auch immer so eine Sache. Weißt du, wenn Stromausfall ist, das Erste, was man braucht, ist Licht. Einfach einen Knopf drücken, dann haben wir einen richtig starken Scheinwerfer dran. Ja, das überzeugt mich auch wirklich hier komplett. Die ganze Anlage hier, alles in einem, weil es eben erstens so super einfach ist und weil man so viel an Geld sparen kann, wenn man jetzt einmal investiert. Vielleicht hatten Sie auch im letzten Jahr so eine Nachzahlung. Das haben, glaube ich, viele bekommen. Ich habe auch dazu gezählt und ich finde, wenn man jetzt einfach vorsorgt für die nächsten Jahre hier mit dieser Kombination, dann kann man da auch einiges an Geld dann auch noch mal abfedern oder dann auch einsparen. Es ist einfach klasse. Natürlich auch bei einem Stromausfall sind Sie dann auf der sicheren Seite. Also es hat ja wirklich so viele Vorteile und Sie bekommen hier eben die beste Qualität, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Und das auch noch zu diesem Preis. Also ich kann Ihnen wirklich nur raten, seien Sie schnell, denn auch bei dieser Kombination ist die Nachfrage extrem groß. Ja, vor allem, Sie haben es vielleicht schon gesehen, gerade diese Anlagen mit Speicher. Da muss man im Moment meistens drauf warten. Das hier ist ab Lager verfügbar. Noch, müssen wir immer noch dazu sagen, unser neuster Stromspeicher. Und das ist eben, ja, man muss eben nichts mehr umstecken. Weißt du, bei den anderen, die sind auch sehr, sehr schön, die Anlagen, die wir haben. Aber da muss ich halt, wenn ich den Strom benutzen will, muss ich dann tatsächlich hier diese Steckdosen benutzen. Das hier ist so eine ideale Kombination aus einem Solarkraftwerk und tatsächlich eben auch noch, dass wir hier eben Off-Grid den Strom uns rausnehmen können. Der Preis ist der Hammer hier für diese Funktionalität und Qualität, die Sie bekommen. Und mit dieser Anschaffung werden Sie jeden Tag, jedes Jahr unglaublich viel Geld sparen können mit Strom, den Sie selbst erzeugt haben. Und das auf sehr, sehr einfache Weise. Warum haben Sie noch keine Balkonsolaranlage? Muss man wirklich immer wieder fragen, weil es geht nicht mehr einfacher heute, seinen eigenen Strom zu erzeugen. Und wenn man im Moment in Deutschland ist, glaube ich, der Durchschnittspreis 40 Cent pro Kilowattstunde. Vor ein paar Jahren waren es noch 20, 30 Cent. Und ich habe den Eindruck, das geht immer nur nach oben. Hiermit kann man substanziell dagegen arbeiten, indem man ganz einfach hier seinen Strom ins Hausnetz einspeist. Das Prinzip ist so genial. Ich muss nicht an meinen Schaltkasten ran. Am Ende dieses Kabels, wie ich es in meinen Stromkreis einspeise, ist ein ganz normaler Stecker, den Sie bei Ihrem Toaster haben, den Sie bei Ihrer Kaffeemaschine haben. Den stecken Sie ganz einfach in die Wand und dann läuft die Kaffeemaschine zum Beispiel mit den ersten 800 Watt, die die braucht, eben nicht mehr mit dem teuren Strom Ihres Energieversorgers, sondern mit Ihrem selbst produzierten Strom. Diese Anlagen amortisieren sich innerhalb kürzester Zeit. Sie können das sogar noch beschleunigen, wenn Sie das jetzt als Balkonsolaranlage bei sich aufbauen. Und das rate ich wirklich jedem hier. Das ist das modernste, was wir haben. Dann können Sie sogar noch Förderungen bekommen. Gerade auf Länder- und kommunaler Ebene werden diese Balkonsolaranlagen, gerade bei Konsolaranlagen, noch mal unglaublich gefördert. Da kriegt man dann noch mal einen dreistelligen Betrag zurück. Dann sind die Anschaffungskosten hier noch geringer. Teilweise 50 Prozent. Das ist richtig viel Geld, was Sie jetzt noch sparen können. Ja, hier sehen wir das gerade mal. Also nachfragen lohnt sich hier auf jeden Fall. Wenn da nichts mehr drin sein sollte bei Ihrer Stadt oder beim Landkreis, dann ist das ja auch nicht so schlimm, weil Sie bekommen ja hier diesen TV-Sonderpreis, der wirklich schon richtig super ist. Aber falls da noch was drin sein sollte, deshalb fragen Sie da unbedingt nach. Dann nehmen Sie das natürlich auch direkt mit. Manchmal gibt es hier auch eine pauschale Förderung hier von 200 bis 500 Euro, habe ich auch schon gesehen. Oder eben auch Prozentanteilig. Auch das ist natürlich wirklich ein Riesenvorteil. Deshalb lassen Sie sich so eine Förderung natürlich auch nicht entgehen. Finde ich auch klasse. Und auch hier übernehmen wir wieder die Versandkosten. Auch das finde ich wirklich beeindruckend. Gerade hier auch bei der Größe von diesem Solarpanel. Also es ist wirklich jetzt der perfekte Zeitpunkt. Die Solarpanelen sind ungefähr so zwei Quadratmeter groß, also fast zwei Meter in der Breite. Da wissen Sie ungefähr, was Sie da an Platz brauchen. Und Experten sagen heutzutage, man soll jeden einzelnen Quadratzentimeter, den man Platz hat, hier dafür auch nutzen. Kann es noch ein Stück größer gehen? Natürlich kann es noch ein Stück größer gehen, indem wir Ihnen hier zwei dieser Solarpanel anbieten. Und jetzt haben Sie schon richtig satt Leistung. Wir sind hier bei 800 Watt, die immer wieder eingespeist werden in Ihren eigenen Stromkreis. Wir haben Beispielrechnungen gefunden, dass beim normalen Haushalt mit einer 600 Watt Anlage ohne Speicher die Stromrechnung um 20 Prozent gedrosselt werden kann. Jetzt haben wir hier 800 Watt. Das heißt, ich würde fast sagen, hier liegen wir schon bei 25, 26 Prozent. Durch den Speicher verdoppeln wir, also ist meine persönliche Meinung, ist das wirklich verdoppelt oder verdreifacht sogar noch. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie wissen selber, was Sie jeden Monat für Strom bezahlen müssen. Ich bei mir zu Hause zahle, also hier im Single Haushalt, 130 Euro im Monat. Nun gut, ich habe eine Nachtspeichererheizung, die braucht unglaublich viel Strom. Aber wenn ich davon jetzt mal realistisch bei mir zu Hause, realistisch würde ich sagen, ich kann hier 80 Euro im Monat sparen. Und dann sehen Sie, wie schnell sich so eine Anlage amortisiert hat. Gerade wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass wir auch noch die Förderung haben, die es noch gibt. Da zählt wirklich fast jeder Tag, dann ist das also wirklich eine Anschaffung, die lohnt sich vom Tag eins an. Deshalb lassen Sie sich hier diese Chance nicht entgehen. Wenn Sie den Platz haben, eben für zwei von unseren 410 Solar Watt Panels, dann nutzen Sie diesen Platz unbedingt aus. Auch hier sind wir wirklich bei der besten Qualität. Das hatten wir ja schon erwähnt. Also diese Solar Panels sind wirklich super. Da bestellen Sie direkt mit der MB 1434 und der 569. Auch diese zwei Solar Panels kommen. Versandkostenfrei zu Ihnen. Auch das ist wirklich eine beeindruckende Größe. Aber da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Kommt ganz bequem zu Ihnen. Nach Hause geliefert. Und natürlich hier mit diesem Stromspeicher Schrägstrich Inverter. Also das ist einfach mal wirklich perfekt. Reden wir nochmal drüber, wie sowas angebaut wird. Ganz, ganz einfach. Sie kriegen jetzt das komplette Paket. Sagen Sie mal das große Paket hier mit diesen zwei riesengroßen Solar Panels, alle Kabellage und unseren Stromspeicher. Die Solar Panels bringen Sie an. Da zeigen wir Ihnen gleich auch noch eine tolle Halterung dafür. Stecken die zusammen, dann stecken Sie die ganz einfach hier vorne rein. Von diesem Stromspeicher haben Sie ein Kabel, was Sie dann ganz einfach in die Steckdose stecken. In dem Moment, wo das passiert, wird Ihr Hausstrom hier mit bis zu 800 Watt supplementiert. Und das ergibt eine unglaubliche Verkleinerung Ihrer Stromrechnung. Wenn die Sonne nicht scheint, wurde hier der überschüssige Strom, den Sie nicht benutzt haben, 800 Watt ist eine ganze Menge Strom. Der überschüssige Strom, den Sie nicht benutzt haben, der wird jetzt genommen. Klar, wir sind tagsüber bei der Arbeit. Vormittags sind die Kinder in der Schule. Ich bin irgendwie, also auch wenn Sie zu Hause nicht, wenn Sie nicht bei der Arbeit sind, sondern zu Hause sich um die Kinder kümmern, sind Sie nicht den ganzen Tag zu Hause. Vormittags sind die Kinder in der Schule. Sie sind unterwegs, einkaufen, Erledigungen machen. Dann werden trotzdem 800 Watt erzeugt. Die werden jetzt hier gespeichert und stehen Ihnen eben dann, wenn Sie sie brauchen, zur Verfügung. Ganz automatisch. Nur mit dem, was wir eben gemacht haben. Wenn es einen Stromausfall geben sollte, brauchen Sie sich auch, um überhaupt nichts zu kümmern. Der liefert Ihnen jetzt den Strom. Nicht mehr Ihr Energieversorger, sondern der hier liefert Ihnen den Strom. Und zwar ohne, dass Sie irgendetwas umstecken müssen. Wenn Sie tatsächlich dann hier eben auch noch diese Anschlüsse selber benutzen, wenn Sie an einer Stelle sind, wo es keine Steckdosen gibt, ist das wirklich die fantastischste Balkon-Solaranlage, die ich je gesehen habe. Nochmal, das ist alles ohne irgendetwas umzustecken. Sie müssen nicht mit Ihren Geräten zu diesem Gerät gehen. Das Gerät versorgt Ihren Stromkreis zu Hause mit Strom. Und das ist das Geniale, das absolut Neue an diesem System, was wir Ihnen hier vorstellen. Unglaubliches Sparpotenzial jetzt bei den Energiekosten, die wir haben. Ich hatte Energienachzahlungen auch von 400 Euro letztes Jahr. Das tut weh. Und ich bin ein Single-Haushalt. Wenn Sie eine Familie haben, ist es wahrscheinlich sogar noch mehr gewesen. Da kann man gegenarbeiten mit genau dieser Anlage. Ja, und genau für diese Kombination haben wir hier wirklich einen super TV-Sonderpreis. 1.994,99 Euro. Und da bekommen Sie eben diese On-Grid-Powerstation und eben auch diese zwei fantastischen Solarpanel auch von der Qualität. Also hier kriegen Sie wirklich das Beste vom Besten und kommt auch noch versandkostenfrei zu Ihnen. Die Bestellnummer in der 0% Mehrwertsteuervariante, die MW1434 und die 569. Und jetzt zeigen wir Ihnen auch noch die Balkongeländerhalterung. Ja, die Halterung haben wir jetzt seit vier Wochen ungefähr und ist ideal für unsere Solarpanel. Unsere Solarpanel sind vorgebohrt für diese Halterung. Da brauchen Sie nichts zu bohren. Die Halterungen selber sind so dreieckförmig, so triangelförmig. Haben oben diese Bügel, das sehen Sie vielleicht hier in der Grafik, mit der legen wir, die legen wir ganz einfach über das Balkongeländer, über den Zaun, wo Sie es eben angebracht haben. Die Solarpanel werden festgeschraubt. Sie können sogar den Winkel noch verstellen, um optimal die zur Sonne auszurichten. Die halten Windgeschwindigkeiten von über 140 Stundenkilometer Stand. Das heißt, es ist wirklich richtig fest angebracht. Hier, diese Anlage soll ja auch lange halten. Die sollen nicht nur zwei, drei, vier Jahre halten. Von der Anlage haben Sie 10, 15, 20 Jahre was von. Denken Sie dran, die sollten Sie zweimal bestellen für zwei Solarpanel. Solarpanel bei unserer größten Anlage. Da steht zum kleinen Preis direkt mitbestellen, diese Halterung mit der MB 1207 und der 569. Und jetzt habe ich schon am Anfang der Sendung erwähnt, zeigen wir natürlich auch noch mal hier unsere On-Grid Powerstation alleine. Das ist die On-Grid Powerstation. Sie steht hier vor uns. Wir haben sie Ihnen schon gezeigt. Das ist auch interessant für Leute, die vielleicht schon eine Balkon-Solaranlage haben, weil auch die Solarpanel, die ich habe, kann ich hier reinstecken. Einfach den Inverter wegnehmen und statt des Inverters diese tolle Powerstation benutzen. Diese Powerstation hat den riesengroßen Vorteil, dass wir hier einen Speicher drin haben, der mir immer Strom gibt, der mit dem ganzen Strom, den ich erzeuge, auch sammelt. 100 Prozent des Stroms, den ich erzeuge, der wird hier gesammelt. Der wird ganz einfach über einen Stecker in die Steckdose eingeführt dann. Und dann kann ich diesen Strom benutzen. Ich kann den Strom sogar im Falle eines Stromausfalls benutzen. Das ist das Sensationelle hier, dass wenn Stromausfall ist, brauche ich nichts umzustecken. Es kommt weiter Strom hier aus diesem Kabel in meinen Stromkreis. Es ist eine Sensation, dieses Gerät. Und der Preis ist der Hammer. Sie haben hier eine Leistung von bis zu 2200 Watt, über 2000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. 2 Kilowattstunden Speicherkapazität. Hier wird ordentlich Strom gespeichert, dass der Ihnen auch die ganze Nacht zur Verfügung steht. Strom, den Sie nicht bezahlen müssen. Und alles vollautomatisch. Sie können das hier auf der App dann tatsächlich auch noch überwachen, timen und genau sehen, was gerade hier drin passiert. Ich bin absolut begeistert davon. Habe so etwas noch nie gesehen. Das Ganze ist natürlich auch noch mobil. Das heißt, den kann ich auch noch mitnehmen, wo ich den Strom brauche. Einfach fantastisch. Ja, haben wir natürlich hier auch mit zwei Bestellnummern. Entweder grob gesagt im mobilen Bereich dann hier bitte mit der 19% Mehrwertsteuervariante bestellen. Mit der ZX 35, 45 und der 569. Denn ich finde auch im mobilen Bereich, gerade in so einem Schrebergarten, ist das natürlich auch wirklich richtig praktisch. Aber auch für zu Hause mit der 0% Mehrwertsteuervariante für den privaten Wohnbereich zu bestellen. Mit der MW 12 42 und der 569. Und da bekommen Sie einen super TV-Sonderpreis. Der liegt hier bei 1.282,49 Euro. Und das ist wirklich ein richtig guter Preis, weil Sie ja hier wirklich das Beste vom Besten kriegen. Kommt auch hier wieder versandkostenfrei zu Ihnen. Und gerade wenn Sie eben schon eine Balkonsolaranlage haben, kann man damit ganz einfach auch nochmal nachrüsten. Aufrüsten, ne? Oder aufrüsten, ja? Ja, ich meine Leute, die eine Balkonsolaranlage haben, die haben schon Blut geleckt. Die wissen, wie viel Strom man damit selber erzeugen kann. Das ist eine Ergänzung dafür. Das ist die Luxusergänzung. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, weil mir hier sogar Strom geliefert wird, auch wenn ich keinen Strom von meinem Energieversorger bekomme. Das ist das erste Mal, dass wir sowas im Programm haben. Und das ist die Sensation dieses Produkts. Deshalb greifen Sie hier unbedingt zu. Ja, und da haben wir Ihnen jetzt mal wirklich richtig tolle Neuheiten hier gezeigt. Das ist wirklich richtig beeindruckend. Und alles natürlich auch hier wieder zum TV-Sonderpreis. Also ich kann Ihnen nur sagen, leichter war es noch nie. Und jetzt stehen ja wirklich alle Sterne richtig. Denken Sie an die eventuellen Förderungen. Fragen Sie da ruhig mal bei Ihrer Stadt, beim Landkreis nach. Vielleicht ist da ja noch was zu haben. Und entscheiden Sie sich hier einfach richtig. Wenn Sie viel Platz haben, dann nutzen Sie den unbedingt aus. Und wir wünschen dann ganz viel Spaß damit.